Mit der Videothek von A1 TV können wir Ihnen von aktuellen Hollywood-Blockbustern bis zu Filmklassikern alles anbieten. Insgesamt werden Sie hier über 2000 Filme und Serien in unserem Angebot finden. Am schnellsten kommen Sie in die Videothek über die Videothek-Taste Ihrer Fernbedienung. Sie können aber auch die Menü-Taste bzw. Start-Taste drücken und dann im Hauptmenü von A1 TV die Videothek auswählen. Übrigens sehen Sie jetzt links oben einen eigenen Kanal mit aktuellen Film-Trailern. Gibt es einen Film, der Sie interessiert, können Sie jederzeit über die Info-Taste Ihrer Fernbedienung diesen Film öffnen. Hier können Sie zum Beispiel Trailer anschauen und finden weitere Details zum Film. Gehen wir aber noch einmal zurück zur Startseite der Videothek. Wenn Sie einfach nur einmal stöbern wollen, wählen Sie den Punkt Alle Filme. Hier finden Sie dann bekannte Kategorien wie zum Beispiel Blockbuster, Action oder Komödie. Vor allem die aktuelleren Filme sind oft auch in HD verfügbar. Diese finden Sie dann unter Filme in HD. Um nun einen Film, der Sie interessiert zu kaufen, benötigen Sie die PIN. Das ist die vierstellige Zahlenkombination, die Sie bei der Aktivierung des Produkts festgelegt haben. Sollten Sie diese übrigens nicht mehr wissen, kontaktieren Sie einfach unser AN Service Team unter 0800 664 100. Im nächsten Schritt möchten wir also einen Film kaufen. Gehen Sie dazu auf die Detailseite zu diesem Film. Dort finden Sie dann über dem Hauptmenü den Kaufen-Knopf. Wenn Sie diesen drücken, erscheint ein Dialog mit der Aufforderung zur Eingabe Ihrer PIN. Sobald Sie hier die vierte Ziffer eingegeben haben, wird automatisch der Film gekauft und gestartet. Und wenn Sie A1 TV gerade neu bekommen haben, darf ich Ihnen etwas verraten. Den ersten Film bekommen Sie von uns geschenkt. Viel Spaß mit der A1 Videothek.